So, was ihr jetzt gleich seht, das ist eine Momentaufnahme von Shadowplay, die ich gesaved habe, wo wir, also ich und Justin S, wo wir zusammen gleichzeitig bei HNZ1, King of the Kill, haben wir gleichzeitig Solo gestartet und wir waren zufällig in der gleichen Lobby und naja, dann haben wir halt geplayt und uns versteckt, nachher hatte ich irgendwie kein Loot oder so, dann hat er mich abgeholt mit dem Auto, aber ich konnte halt nicht einsteigen, weil wenn man halt komischerweise kann man jetzt im Solo, jetzt nicht mehr in das andere Auto einsteigen, sonst ging das irgendwie immer, aber jetzt konnte ich irgendwie nicht bei ihm einsteigen und naja, auf jeden Fall sind wir dann halt zusammen in die Stadt, also bin ich gelaufen und er ist mit dem Auto gefahren und dann haben wir halt in der Stadt zusammen gelootet, wir mussten halt aufpassen, wir haben uns orientiert, dass er halt immer, bevor er den Gilles Institute gefunden hat, hat er halt immer, was hat er angehabt, irgendwie, ich konnte er auf jeden Fall gut erkennen an seinem, glaube ich, an seinem T-Shirt war das und er hat an meiner geilen Jacke und wenn wir dann in der Nähe waren, konnte man halt so mal erkennen, wer wer war und so haben uns nicht abgeschossen und dann haben wir halt ein paar Leute weggefrackt, also ich habe zwei Kills gehabt und dann haben wir uns nachher versteckt, das war halt nachher richtig der close fight, aber wir haben uns nachher geschafft, alle zu töten und ja, dann waren wir die letzten beiden, die noch im Leben waren und dann wussten wir halt nicht mehr, was wir tun sollen, haben erstmal gewartet, wie das Gas richtig kam und dann wollten wir uns halt gleichzeitig umbringen, indem wir beide auf die Fässer schießen und naja, den Rest könnt ihr euch selber angucken. Wir müssen halt, es wird doch nichts gunsten uns, komm, wir müssen gleich nach oben links, wir müssen gleich hin, nach der Minute, naja, wir müssen doch da vorne, müssen wir gleich, müssen wir. Kacke. Ähm, mehr noch kurz zwischendurch, ähm, Jostin ist sehr leise, weil der TS irgendwie immer leiser aufgenommen wird und tut mir leid, dass ich so autistische, ähm, Geräusche von mir käme. Aber zwar, ich werde zuguckt. Warte. Oh, Minikett nehmen, Alter. Das ist mein ganzer Loot, den ich hab. Scheiße, ja. Fuck, ich kann kein Zimmer machen. Oh doch, ich zeige es auf den Rucksack, easy. Hey, ich muss Munizonen wegschmeißen. Der Container muss leer sein, um entfernt zu werden. Ja. Okay. Was, mit Shotgun? Hast du den Shotgun noch? Nein. Nein, wirst du gar nicht. 1000 pro Kill, Alter. Hätten wir jetzt gesetzt, ne? Der hätte einer von uns 1000 gegönnt. Ich auch nicht. Ich hab auch nicht gesetzt. Ich hab nicht gesetzt. Oh, mit Nath Gold gehabt und alles. Oh, Mann. In Solo, in fucking Solo. Vielleicht kommt irgendein Typ hier. Vielleicht kommt der Gamer schnell. Jetzt schießt, erschießt euch endlich, ihr Wichser. Oh, nein. Oh. Du Wichser. Was? Als wenn? Nein, du bist Erster, Mann. Du bist als Einzigster geschossen. Er ist doch mein Erster. Hast du gesetzt? Ich bin eigentlich sozusagen auch Erster. Du hast halt nicht abgezählt. Du hast Damage bekommen, du hast Erster draufgeballert. Alter, ich dachte, wir zählen ihn ab. Scheißdreck. Oh, whatever. Zweit mal Zweiter, Alter. Warte, Moment, Aufnahme. Das bin ich Platin 4. Easy. Alter, geil. Peter Pan-Syndrom, bitch. Ich rauch mal Borob, bitch. Du trinkst Aperol-Spritze. Ich bin Pharao, bitch. Oh, go. Ich bin Pharao. Ich bin Pharao. Ich bin Pharao.